Das ist ja heute mal eine ganz andere Frage. Das ist heute mal was ganz anderes. Wie fragst du dich? Wie stellst du dir selbst Fragen? Ich heiße dich ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal von MR Rhetorik. Schön, dass du dabei bist. Ich hoffe, es geht dir gut. Sag mal, wie stellst du dir selbst Fragen? Es geht hier um Rhetorik, Kommunikation, wie wir miteinander reden. Aber wie redest du mit dir? Wenn du dich selbst etwas fragst, stellst du dir die Fragen auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und diese ganz bestimmte Art und Weise, wie du dich fragst, die möchte ich mit dir heute einmal durchgehen. Vielleicht kennst du das. Du hast etwas gemacht, du hast irgendetwas angegangen. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten, wie du dich etwas fragst. Und überleg mal, wie du mit dir selbst redest. Manche Menschen reden mit sich selbst, so würden sie nicht mit ihrem schlimmsten Feinds reden. Ja, da kommt so, oh Idiot, was hast du mir wieder gemacht? Oh, du bist so dämlich. Und da sage ich dir, hey, überlege bitte, wie du mit dir redest. Achte drauf, wie du mit dir selbst umgehst. Wie du mit dir selbst redest, so wirst du dich entwickeln. Und jetzt stelle ich dir die Frage, wie stellst du dir selbst die Fragen. Fragst du dich im Warum? Oder arbeitest du im Arbeitest du im Wie? Und ich möchte mit dir gern das Ganze einmal als Tabelle anschauen. Denn, es ist das Schöne daran, es ist völlig unterschiedlich, was da passiert. Wenn du im Warum fragst, passieren Sachen mit dir, die willst du so nicht erleben. Das willst du nicht. Warum Fragen sind irgendwie eigenartig. Warum Fragen, die schenken dir eine ein. Sag mal, warum hast du nicht den Müll rausgebracht? Kein Mensch will wissen, warum du den Müll rausgebracht hast. Das ist eine, du kriegst eine Kelle. So, und deswegen bitte, stellst du dir Warum oder stellst du dir Wie Fragen? Lass uns schauen. Was ist denn im Warum? Was fragst du denn da in der Zeitform? Du bist in der Vergangenheit. Warum hast du nicht? Oh ja, ich hatte, sag mal, warum hast du nicht gelernt? Na du, ich hatte so viel zu tun und du wühlst noch richtig im Problem. Du arbeitest nur im Problem. Und das ist doch unangenehm. Wenn du in der Vergangenheit bist, wühlst du ein Problem und das wird nochmal aufgebauscht. Und das ist nicht unbedingt schön. Im Problem arbeiten, das ist nicht schön. Das willst du nicht. Denn du bist in dem Moment ein Opfer. Und wenn du, wenn du als Opfer dastehst, kannst du noch was in der Vergangenheit verändern? Nein. In der Vergangenheit bist du abgeschlossen. Du hast keine Möglichkeit, in der Vergangenheit etwas zu verändern. Deswegen, wenn du hier in der Vergangenheit als Opfer im Problem wühlst, dann kannst du nichts machen. Du bist im Nichtstun. Und das ist unangenehm. Da hast du keinen Bock drauf. Du willst nicht nichts tun. Du willst doch, du willst doch was machen. Du willst doch ins Handeln kommen. Und deswegen, wenn du im Warum bist, wühlst du immer hier drin rum. Und jetzt kommt etwas. Eine Warum-Frage ist Rechtfertigung. Das bedeutet, du hast überhaupt nicht die Möglichkeit, hier, was machen wir, du bist nur in der Rechtfertigung, in der Argumentation. Ja, ich habe ja weil und so weiter. Und das ist etwas, wo ich sage, das ist sehr unangenehm. Warum-Fragen sind, so, jetzt geht es los. Jetzt kannst du sagen, nee, ich probiere es mal im Wie. Ich probiere es mal im Wie zu fragen. Und du wirst merken, da passiert was. Wenn du im Wie fragst, ist plötzlich vieles Ergebnis offen. Wie ist nämlich, wenn wir hier in der Vergangenheit sind, sind wir hier in der Zukunft. Wir sagen, sag mal, wie können wir das und das machen, damit es in Zukunft besser läuft? Na ja, das könnten wir 1, 2, 3, 4. Das könnten wir mit A, B, C, D lösen. Super. Wie ist in die Zukunft gehangelt. Und, du hast es vielleicht schon gemerkt, wir können es so lösen. Du bist hier in der Lösung. Weil, du, das Wie ist ergebnisoffen. Das Wie ist, erst mal, dass du sagst, hey, so und so kannst du, das ist eine Ergebnisfindung. Schreiben wir gleich ran. Wenn du dich fragst, sag mal, wie kann ich das eigentlich machen? Ist anders als, sag mal, warum hast du das nicht gemacht? Du, wie können wir in Zukunft dafür sorgen, dass du das erledigt bekommst? Naja, wir könnten, aha. Wir arbeiten in der Lösung und du wirst vom Opfer zum Täter. Du kommst in die Tat, du bist jetzt aktiv, du kommst aus dem Nichtstun ins Handeln. Das ist doch das Schöne daran. Du kannst plötzlich was machen, wenn du sagst, du, wie können wir denn in Zukunft das und das machen? Oh, das können wir so, ah ja, super, gute Idee, machen wir. Ist das klasse? Du kannst durch das Wie ins Handeln kommen. Und mit Rechtfertigung hast du auch nichts mehr zu tun. Sondern aus der Rechtfertigung, was passiert da, was das Gegenteil, du kannst ergebnisorientiert arbeiten. Du kommst ergebnisorientiert, ich habe schon Arbeiten vergessen. Du kannst endlich etwas tun, du kannst ins Handeln kommen. Deswegen meine Bitte an dich, wenn du dich etwas selbst fragst, dann bitte nicht im Warum, nein, du gehst hier rüber und arbeitest im Wie. Und natürlich, das ist mir ganz wichtig, auch wenn du andere Menschen fragst, wenn du im Teamgespräch bist, wenn du, wenn möglicherweise im Projekt, bei der Arbeit irgendwas schief gegangen ist, dann geh nicht ins Warum habt ihr nicht. Warum, warum, du gehst ins, sag mal, wie können wir in Zukunft dafür sorgen? Wie können wir das umsetzen, wie können wir das ändern, damit es in Zukunft, und das wird dir helfen. Das Wie wird dir stark helfen, dass du in die Umsetzung kommst, dass du ins Handeln kommst. Warum ist Vergangenheit, mit Wie bist du in der Zukunft? Die Zukunft hilft dir, nach vorne zu blicken. Du kannst ganz andere Fragen stellen. Wichtig ist, im Wie arbeitest du nur zukunftsorientiert. Da arbeitest du ergebnisorientiert. Hier kann der Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin ergebnisoffen arbeiten. Du kannst sagen, Mensch, wie können wir machen? Hier kannst du denken lassen. Und bitte, lass auch wirklich denken. Es muss eine ergebnisoffene Antwort möglich sein. Du weißt nicht, wie das Thema geregelt werden soll. Du weißt nicht, wie die Lösung geschaffen werden kann. Aber du weißt, da wird etwas kommen. Meine Bitte an dich ist, arbeite im Wie, nicht im Warum. Wenn wir in unserem 6-Wochen-Redner-Coaching arbeiten, ist das ein ganz wichtiger Part. Die Fragestellung ist ein ganz, ganz wichtiger Part. Denn wer sich die richtigen Fragen stellt, wird möglicherweise im Leben ganz andere Ergebnisse erzielen, als jemand, der immer im, warum habe ich damals nicht, warum, ach Mensch, warum. Hör auf mit dem Warum. Wie kann ich? Wie muss ich handeln damit? Was brauche ich um in Zukunft? Was ist auch ergebnisoffen? Sag mal, was brauchst du um? Und deswegen bitte ich dich nochmal, das Warum kommt weg. Und mit dem Wie steigst du ein. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. www.mr-rhetorik.de Das ist die Internetseite und ich freue mich drauf, wenn du mal dabei bist und mal reinschaust. Jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag und bis dann. Vielen Dank. Vielen Dank.